Bei jedem Einsatz eines Krankenwagen sind die Rettungssanitäter die ersten Fachpersonen vor Ort. Sie schätzen die Lage ein, machen eine Erstversorgung und beurteilen, wie ein Patient auf dem Transport betreut wird. Wir prüfen sicher den Blutdruck und den Puls. Wir schauen, dass der Patient gut geht während dem Transport und dass er sicher genug Schmerzmittel bekommt, dass er so Schmerzweih wie möglich in die Klinik transportiert werden kann. Schon aus dem Krankenwagen sind die Sanitäter im direkten Kontakt mit der Klinik. So kann das Notfallteam alles für die Ankunft des Patienten vorbereiten. Die Informationen, die wir vom Rettungsdienst erhalten, sind sehr wichtig. Allein schon das, was präklinisch an der Therapie durchgeführt wurde, was wurde gemacht, wie waren die Vitalfunktionen. Am Unfallort hat sich da zwischenzeitlich etwas verändert, sodass wir das mit unseren Messwerten vergleichen können. Die Übergabe vom Patienten als Notfallteam läuft immer in Anwesenheit vom diensthabenden Arzt und der Notfallpflege. So wird sichergestellt, dass alle auf dem gleichen Informationsstand sind. Der Arzt macht dann Verordnungen, also er untersucht den Patienten kurz und schaut, was die ersten Massnahmen sind. In dieser Situation ist es so, dass wenn jemand mit einer Fraktur kommt, ist sicher die Schmerzen im Vordergrund. Man muss auch schauen, dass zum Beispiel die Sensorik und die Motorik vom Bein gut sind, weil das ganz wichtig ist. Und dann macht er die weiteren Verordnungen. Gleichzeitig nimmt das Notfallteam eine sogenannte Triage vor. Das heisst, jeder Fall wird nach seiner Schwere beurteilt und der Reihe nach seiner Dringlichkeit behandelt. Dringlichkeit heisst, Patienten, die vital gefährdet sind, die Atembeschwerden haben, die Kreislaufbeschwerden haben, die starke Schmerzen haben, werden vorrangig behandelt. Zu Patienten, die lange währende Beschwerden haben, die Bagatellverletzungen haben, die müssen leider einfach eine längere Wartezeit in Kauf nehmen. Je nach Art der Verletzung wird so schnell wie möglich der verantwortliche Facharzt beizogen. Sobald der Patient stabil genug ist, kommt er auf die entsprechende Fachabteilung. So wird der Patient bis zur Entlassung und zur Nachbehandlung immer vom gleichen Facharzt betreut. Vereinzelt gibt es aber Notfälle, die man direkt weiterleitet. Gerade Herzinfarktpatienten, Schlaganfallpatienten, die brauchen eine ganz besondere Therapie und die Möglichkeiten sind hier nicht gegeben. Und da geht es auch um zeitkritische Therapien, sodass die direkt ins Kantonsspital gebracht werden müssen. Notfallaufnahme der Hirslander Klinik Stephanshorn St. Gallen gibt seit 2013. Die Zahl der behandelten Fälle ist in dieser Zeit kontinuierlich gestiegen. Von ursprünglich 1500 Patienten im ersten Jahr bis zu 7500 Patienten im laufenden Jahr. Das will immer mehr Menschen nicht mehr zum Doktor gehen, sondern direkt in die Klinik kommen. Viele Patienten haben keinen Hausarzt mehr. Sie haben keine Terminvergabe, sondern man kommt einfach zur Tür rein und ist da, wird behandelt. Auch das ist natürlich eine Vereinfachung von Patienten. Aber es sind nicht unbedingt eben die Patienten, die tatsächlich im Notfall betreut werden sollten. Eine Notfallaufnahme ersetzt nicht den Hausarzt. Es geht um schwerere Unfälle, um stark blütende Verletzungen, Vergiftungen, hohes Fieber oder allgemein um akute medizinische Probleme, wo man keine Zeit verlieren darf oder die zu Randzeiten oder am Wochenende passieren. Jeder Patient kann selber bestimmen, in welche Notfallaufnahme er eingeliefert wird. Die Notfallaufnahme in der Klinik Stephanshorn ist 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr offen. Geholfen wird allen Patienten, unabhängig von der Versicherungsklasse. Geholfen der Klinik Stephans Geholfen 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 Geholfen